ähm, äh, den Karren und, ja, bis zum Glück. Warte, was ist das denn? Ehrlich, ich war das nicht, aber ich bin gleich in Zander, ähm, ich dachte, ey, ähm, weil du kannst... Ja, ich geh auf, geh auf Safari. So, um, okay, okay. Ähm, weitere Elim. Jetzt ist es live, äh, du hast nur einen Abonnenten? Ja, erstmal jetzt kurz, ich sage, deine beiden Abonnenten, weil du kannst du, ja, ich geh auf. Weil du kannst du nicht mehr ab. Ich bin ja ganz lieb. Geh auf Safari? Geh auf Safari? Geh auf Safari? Ich, äh, so. So, äh. Ja, okay, dann spielen wir jetzt. Okay, du hörst mich aber nicht. Ja, ja. Du hörst dich im Screen. Ja, warte, ich mach, ich mach aus. Den Screen? Den Screen? Ja, den Ton. Ich, 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 aber das komische, ich, ähm, finde einfach, ich, äh, den Chat nicht. Bei, bei meinem Handy. Du musst unten, unten ist, äh, musst du einen Live-Chat anmachen. Äh, nee, ich bin halt auf Safari gerade, gell? Ach so, ich, oder? Ja, dann können wir mal befreuen, du. Vielen Dank.